Also Leute, es geht auf 2.50. Mal gucken! So, moin moin Leute und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seht schon, ich bin am Benchen und es ist ein wirklich schwerer Tag. Wie schwer, das sehen wir gleich, das steht noch nicht ganz fest, aber über 2.40, deswegen ich bin gespannt. Bisher weiß ich nur, dass ich brutal am Schwitzen bin und wir starten jetzt mit 150, drittes Warm-Up-Set. I feel like I'm huntin', the work is dope off the burner. I'm calculated, I'm talking numbers, pray for longevity. Sent to somebody's deity, wrote this down, it's my therapy. Yeah, I'm deep in tone with my energy. So, angekommen bei 190 und ich glaube, ich habe drei Kapseln Ivo Focus drin. So viel hatte ich lange nicht mehr drin und das schiebt gerade anders. Also entweder es wird richtig gut oder es wird richtig scheiße. Im Übrigen, wenn ihr Supplemente braucht, bestellt gerne mit dem Code Yona, ja, Code Yona bei Ivo Sports Fühl. So, wir haben jetzt 2.35 geladen. Letzter Aufwärmsatz und danach entscheidet sich, wie hoch ich gehen darf. Fühlt sich bisher alles sehr gut an, also mal schauen. Dissonance. I know some people that's feeling sick just existing here. Brain blister, been caught up deep in the thick of it. I lane switch through the fog, it's hard to see where I'm headed. But fuck it, ain't no turning back, the past is where we been. It feel like something missing. And I've been out here on an impossible mission. My head down to myself and I smile to stay in the moment while trying to stay up my feelings. Trying to boost my subscribers, I'm trying to maintain the vision. People that know me closest live different than what they show me. It's hard to feel like they know me when I'm just scrolling through images. Truth be told, I'm... Also Leute, es geht auf 2.50. Mal gucken. I'm leading with logic, my heartbeat is frosted. I seen it, got optics, I need it from shawty. She mean with the top and it's obvious. They need him a target, I'm dodging in darts, making reach for the stars. I'm dumping, I'm forcing the punt off the runs. I'm moving with caution, I'm saucing my n***a, it's nothing. From nothing to something, I'll never be. Tycoon and I'm Dre with the thizzle face. I'm nothing my section has ever seen. Run the ice so I'm clutch, I don't need a screen. I'm Curry, I spit shit from 30 deep. Do the pen and the pen like it's surgery. She the curve at you, just the flat with me. Totally tucked out, but the jewels out. I just sent her home with a full mouth. I'm a red reed when the moon out. I'ma stop playing by the rules now. I've been around plays, need a new route. Queen says she needs space in a new house. Mom told me that she pray for the kid every day. No wonder, I'm getting paid for the tunes now. Get down that ass, bitch, I'm on the bell. I rap it, I bag it, I pack it for sale. Got feline, I'm speed out, I hit me, I tell. I give it a thrill, I put it on bill. This facade, get a plow, that ain't real. Come to my section, it flex, we can tell. So, Leute, das waren 2,50. Sehr, 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 sehr gut. Ich war ein bisschen nervös von dem Satz. Ich bin jetzt auch gerade aus der Puste, weil ich direkt aus dem Backoff-Satz komme. Ja, waren ganz gut. Ich habe die Ablage ein bisschen verkackt. Deswegen waren die ein bisschen schwerer, als sie hätten sein sollen. Aber ich hatte halt auch einen Spotter, der das erste Mal über 120 Kg gespottet hat. Und das war halt ein bisschen ungewohnt und so, die Angabe. Aber völlig okay. Richtig gut, dass sie trotzdem ging, obwohl die Ablage nicht gut war und so. Das heißt, die sind auch relativ safe für den Wettkampf. Sehr nice. Jetzt, gerade habe ich schon einen gemacht. Jetzt gibt es noch ein paar Sätze mit 200 auf 5 und dann geht es auch ins Bodybuilding-Training. So, Übung Nummer 2. Eine leichte Incline-Press. Leicht erhöht auch noch, da ich gar nicht zu viel in den Stretch gehen will, beziehungsweise meine Mobility das auch gar nicht unbedingt zulässt. Hier gibt es drei Sätze, aber 6 bis 10 Wiederholungen. Und dann geht es weiter. Und ich bin so krass am Ölen, dass es mir schon ein bisschen unangenehm ist. Aber erst dann ist man schwer. Insgesamt ein Tipp an Powerlifter, die auch ein bisschen mehr, ich glaube, man hört die ganze Musik, insgesamt ein Tipp an Powerlifter, die ein bisschen mehr meinem Trainingsstil gleichen in ihrer Arbeit. Das heißt, auch viel Wert auf Assistenzen legen und Training außerhalb von den Grundübungen, auch hartes Training außerhalb von den Grundübungen. Und zwar, der ist versucht, außerhalb vom Bankdrücken nicht zu viel im Stretch zu trainieren. Denn ich weiß, Stretch ist für Hypertrophie nochmal gut, gerade auch an der Brust, kann es nochmal einen zusätzlichen Reiz bringen, aber es ist auch zusätzlich ermüdend. Und ihr bringt natürlich eure Sehne nochmal in anderen Bereichen unter Spannung, was ihr beim Bankdrücken eh schon die ganze Zeit macht, da Bankdrücken eine sehr Stretch-überladende Übung ist. Deswegen auch vielleicht ein bisschen gucken, dass ihr euch besonders auch Übungen sucht, gerade an hochvolumigen Tagen oder schweren Tagen, die auch ein bisschen mehr in der Kontraktion arbeiten. So, und wir machen weiter mit Tipps und Tricks. Und zweiter Punkt, den man bei der Übungsauswahl auch beachten kann, ist auch das Gelenk, beziehungsweise auch den Muskel, mal aus einer etwas anderen Richtung zu belasten. Das heißt, sowas wie eine Incline-Press, auch vielleicht sogar eine High-Incline-Press oder sowas einzubauen, kann nicht nur der Leistung was bringen, oder auch vielleicht eine Dip-Bewegung, obwohl ich halt von freien Dips kein großer Fan bin, kann nicht nur der Leistung nochmal einen Schub geben, sondern auch gerade der Gelenkgesundheit und Verletzung vorbeugen. Weswegen ich auch hier zum Beispiel darauf achte, dass ich meine Ellbogen relativ nah am Körper halte, da das sogar in vielen Teilen entscheidender ist, als jetzt ein Prozent mehr Steigung oder zwei Prozent mehr Steigung für die Aktivierung der oberen Brust. Was ist das so? Das war's. 2 3 4 4 5 5 10 12 13 24 15 16 16 16 Okay, 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 we get it, no contest, wait, see it's going on me So, erste Trizepsübung, eine meiner absoluten Lieblingsübungen für Trizeps, nicht weil sie irgendeinen inhärenten Vorteil hat oder sowas, oder weil sie die optimale Trizepsübung ist, einfach weil es eine sehr gute Übung ist, leichtes Setup hat und ich sie sehr gut spüre. Das reicht auch meistens aus, da auch gerade beim Trizeps und beim Bizeps der Vorteil von einem größeren Stretch oder sowas gar nicht so groß ist. Wah! Oh! Ah! Ah! Das war's. Das war's. Das war's.